Ich denke, dass jeder von uns glücklich ist, dass er hier sein darf. Und ich denke, dass jedes Mal, wenn wir an diesen Ort kommen, haben wir noch mal eine Möglichkeit, bei diesem Feuer des Herrn uns zu werfen. Und während dem Gottesdienst vertiefen wir in das Wort und in die Lehre, und irgendwo richten wir unsere Leuchter, so wie Apostel Paolo sagt, dass wir diese Welt auch leuchten können. Es gibt so ein christliches Lied, das wir auch singen, Christ, trage dieses Feuer in dieses Volk. Und dort gibt es solche Worte, dieses Feuer, das Christus dir gegeben hat. Und ich verstehe das folgendermaßen, je mehr wir mit diesem Feuer brennen, desto einfacher wird es uns, diese Schwierigkeiten des Lebens zu überwinden sein. Christus sagt, dass wenn man einen Leuchter anzündet, dass man ihn nicht versteckt, sondern auf den Leuchter stellt, damit er jedem, der in das Haus kommt, auch leuchtet. Wenn dieses Feuer erbrannt ist, dann ist es schwierig, diesen zu verstecken, sondern er wird leuchten. Ich beobachte das in unserem christlichen Leben, wenn es ein Problem oder eine Situation gibt. Und wir sehen, dass nach einer kurzen Periode dieses Problem behoben wird. Aber ich habe auch bemerkt, dass es Situationen gibt, die schwierig sind, wo wir das beobachten und uns dann die Frage stellen, Herr, wie lange soll denn das noch anhalten in meinem Leben? Wie viel Geduld brauche ich noch, dass ich diese Versuche oder Prüfung in meinem Leben durchstehe? Es gibt Situationen im Leben, die wir nicht verändern können. Und wir können nur fragen, Herr, wann ist es so weit, dass diese schwierige Lage aufhört? Und ich möchte sagen, dass genau in solchen anhaltenden Lebensphasen wird geprüft, was für eine Stärke hat denn dieses Feuer, das in dir ist. In welcher Lage ist denn das Feuer in dir, solche anhaltenden Prüfungen standzuhalten? Und das Thema, das ich mit euch teilen möchte, ich habe es genannt, was für eine Kraft ist denn in deinem Feuer? Und wenn ich ein paar Jahre zurück in mein Leben blicke, es gab Umstände, wo ich sicher bin, dass ohne Gott dieses Feuer erloschen wäre. Und Gott lehrte mich im Leben, immer eine besondere Beziehung zu Gott zu haben und immer einen besonderen Dienst vor dem Herrn zu haben. Ich erinnere mich, als im Jahre 2020 wir Kinder bekommen haben, die nach ihrer physischen Lage, also schwer, also ihnen ging es schwer. Und sie konnten nicht eigenständig essen oder auch atmen. Es war noch die Zeit des Corona-Virus und man durfte das Krankenhaus nicht verlassen. Wenn du im Krankenhaus warst, musstest du auch dort bleiben. Und ich erinnere mich, wir waren einen Monat lang in diesem Zimmer, in diesem Krankenhaus und haben für die Kinder gesorgt, dass sie sich irgendwie stärken. Und dann, nach drei Jahren, sind wir nach Deutschland gekommen. Hier wurde dann unser dritter Sohn geboren. Und als er vier Monate alt war, hatte er eine Operation am Herzen. Und jetzt gibt es immer noch irgendwelche Schwierigkeiten mit seiner Entwicklung. Und wenn ich darauf schaue, wie die ganzen Umstände, die in unser Leben eindringen, ich verstehe, dass wir das Ganze nur durchstehen können, wenn dieses Feuer im Dienst für den Herrn immer brennen wird. Ich möchte eine Schriftstelle lesen, das ist aus dem dritten Buch, Mose, Kapitel 6. Ich werde zwei Verse lesen, das ist in Deutsch, Vers 5 und Vers 6. Aber das Feuer auf dem Altar soll auf ihm brennend erhalten werden, es soll nicht erlöschen. Darum soll der Priester morgen für morgen Holz darauf anzünden und das Brandopfer darauf zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer darauf im Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar im Brand gehalten werden, es soll nie erlöschen. Wir sehen, dass Gott dem Volk Israel ein Gebot gegeben hat, dass sie immer am Altar das Feuer erhalten sollen. Wenn wir aber das Altar das Testament lesen, merken wir, dass das Volk Israel einfach im Verlauf der Zeit dieses Feuer ja ausgehen lassen hat. Es wurden andere Götter angebetet, was Gott nicht wollte, dass sich das Volk Israel zu ihm wendet. Und Jeremia sieht schon im ersten Kapitel, Gott offenbart ihm eine Vision. Er sieht so ein Ofen, das vom Wind angereichert wird. Und es wurde gesagt, es kommt ein Leid vom Osten her. Und wir lesen auch, Jeremia hat sogar ein eigenes Buch geschrieben, das heißt Klagelieder. Und er beschreibt in diesem Buch, was denn alles passiert ist, währenddessen, wo Jerusalem belagert war. Und er hat stark geweint, weil Israel ihren Gott, der ihr Schutz war, verlassen hat. Jeremia weint und sagt, Israel hat die Hilfe Gottes verachtet. Und als ich das gelesen habe, habe ich auch festgestellt, dass Gott in das Leben der Christen einen Wind zulässt, möglicherweise daher, dass auf dem Altar des Christen immer das Feuer angereichert wird. In schwierigen Lagen kann jeder ein anderes Feuer in Dienst für den Herrn haben. Wenn dieses Feuer klein und schwach ist, dann reichen schon ein paar Tropfen Wasser, um dieses Feuer zu erlöschen. Oder ein kleines Dünn, das kann es einfach zacken, wenn es einfach eine Iskra ist. Ein kleiner Windstoß kann dieses Feuer erlöschen lassen, wenn das Grad nur klimmert. Wenn aber das Feuer groß ist, dann wird dieser Wind, der kommt, er wird dieses Feuer noch größer machen. Wir lesen im 1. Könige, dieses Feuer, das auf dem Altar Elias kam, написано, dass er die Stärken und das Wasser verzerrt hat. Das war in der Zeit von Elias. Es wird geschrieben, dass dieses Feuer, das vom Himmel kam, sogar die Steine und das ganze Opfer und das Wasser alles verzerrt hat. solch eine gewaltige Kraft hat dieses Feuer vom Himmel gehabt. Wenn wir dieses in die geistliche Ebene übertragen, wie möchte man doch, dass so ein Feuer komme, damit wenn wir Steine im Leben oder Wasser im Leben haben, dass all das verzerrt werde. Es gibt sehr schöne Beispiele im Alten Testament, wenn wir über David lesen. Wir lesen, dass David Psalme sang, als er noch so ein Jüngling war und die Schafe gehütet hat. Und dann in der Welt kommen sehr schwierige Herausforderungen, sehr langfristige. Und dann kommen so ins Leben schwere Prüfungen, die haben angehalten und es ist beschrieben, dass sie sogar zehn Jahre lang gingen. Er war auf der Flucht von Saul, er war in Klüften und war in schwierigen Situationen. Und wir lesen Psalme, die David in diesen schwierigen Lagen gesungen hat und das war Lobgesang. Diese Prüfungen haben es nicht geschafft, die Liebe zu Gott zu erlöschen. Sein Brand zu dem Herrn und all das, das er ihn verherrliche. Und wir lesen auch im Neuen Testament, Apostel Petrus schreibt darüber, dass in das Leben des Menschen so feurige Prüfungen kommen können. Даже Petrus sagt mit Freimut, wundert euch solche Prüfungen nicht. Und Geschwister, manchmal ist es so, dass ich die Christen bedauere, die kommen zu Gott und sie sind sehr уверены. Oder sie tun mir leid, wenn sie zu dem Herrn kommen, dass sie nach dieser Erde, nachdem sie zu dem Herrn kommen, es wird nur Komfort und nur Nasselung. Und sie denken, wenn sie zu dem Herrn hier auf Erden kommen, werden sie nur Komfort und Erfüllung haben. Aber wir müssen verstehen, Bratis und Säuze, dass Gott, er die главige Ziel in unserer Welt Wir müssen aber, Geschwister, verstehen, dass Gott ein Hauptziel in unserem Leben verfolgt. Wie er unsere Seele errettet. Wie wir nicht von dem Herrn abtreten, indem wir auf der Erde leben. Ich möchte zum Abschluss noch so ein Beispiel sagen, bevor wir zum Gebet kommen. Ich habe mit meiner Frau gehört ein свидetelst von einer Frau, wie sie in einem Interview eine Frau ein Interview gegeben hat. Und es hat mich besonders berührt und dieses möchte ich mit euch teilen. Und diese Frau erinnert sich im Interview, als sie noch ein kleines Mädchen war in der Sowjetunion. Sie erinnert sich an die Schwierigkeiten, die die Eltern durchmachen mussten, denn sie waren gläubig. Sie war die älteste Tochter in der Familie. und sie haben dann noch einen Jungen bekommen, also sie hat einen Bruder bekommen. Und bei diesem Jungen wurde Augenkrebs festgestellt. Zuerst wurde der Junge an einem Auge blind, dann auch auf dem anderen. Und im Verlauf von vier Jahren hat diese Krankheit progressiert. Es ist eine Anschwellung entstanden. Und diese Frau erinnert sich, als sie dann elf Jahre wurde. Es war ein Januar-Monat, sie kam von der Schule. Und sie sagte, mein Papa nahm mich zur Seite und hat mir eine Botschaft übergeben. Und er sagte, unser Sohn, der Anton, ist gestorben. Er ist zu dem Herrn gegangen. Und sie erzählte, wie schwierig es für sie war, das auszuhalten. Sie war noch ein kleines Mädchen. Sie hat nicht verstanden, dass wir auf einer Erde wohnen, wo es viel Leid, viel Not und Kummer gibt. Aber das Hauptsätzliche, was mich verwundert hat in diesem Zeugnis, sie erinnert sich, dass nach diesen Schwierigkeiten, nach dieser Prüfung in ihrer Familie, sie erinnert sich, dass die Atmosphäre in der Familie so von Gottes Gegenwart durchfüllt war. Mit Gottvertrauen, mit der Liebe zu Gott. sie hat gesagt, sie hat gesagt, sogar nach dieser Erschütterung hat das Feuer in den Herzen der Eltern gebrannt. Sie hat gesagt, sogar nach dieser Erschütterung hat das Feuer in den Herzen der Eltern gebrannt. Und jeden Abend brannte das Feuer auf dem Familienaltar, als sie zusammen beteten. Und sie sagt, danach hat der Herr ihnen noch sechs gesunde Kinder gegeben. Und heute ist diese, damals das Mädchen, heute die Ehefrau von einem Pastor einer großen Gemeinde. Und wenn ich solche Zeugnisse höre, mein Glaube wird gestärkt. Ich stelle mir die Frage und möchte, dass jeder sich die Frage stellt. Wie ist mein Feuer im Dienst vor dem Herrn? Wie viele Tropfen sind notwendig, um mein Feuer auszulöschen. Ich möchte, dass wir zusammen zu Gott beten. Dass wir aufrichtig sagen, wenn wir ein Feuer für den Herrn nicht sehen, heute haben wir eine wunderbare Möglichkeit, in jedem Gottesdienst sich diesen Vorrat an Öl zu sammeln. Damit unser Leuchter zu dem Herrn leuchtet. Und daher helfe uns, damit alles überwindend wir auch standauf bleiben. Давайте помолимся, Богu, пусть будет слава. Amen. Lasst uns beten. Ihm sei die Ehre. Amen. 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 Amen.